Hallo zusammen, in der heutigen Produktvorstellung möchte ich euch unsere neue LED HLS 350 Kopflamme vorstellen. HLS 350 bedeutet 350 Lumen und sie verfügt über einen Bewegungssensor. Zusätzlich, definitiven Highlights in der Lampe, sie ist wiederaufladbar. Sie verfügt bereits über einen 1200 mAh Akku und dieser kann aufgeladen werden mit dem herkömmlichen USB-C Kabel, welches im Lieferumfang bereits enthalten ist. Somit könnt ihr eure Kopflampe im Auto aufladen, an einem Zigarettenansünder, an jeder Batterie und ihr habt nicht das Problem, dass ihr mal vergisst die Batterien mitzunehmen, wenn sie läge ans Wasser, immer sofort wiederaufladbar. Die Lampe selbst, wie ihr sehen könnt, ziemlich cool, alles flexibel, innen extra beschichtet von bequemem Tragekomfort. Das gelbe hier, das sind die COB-LEDs, extrem hell, zeige ich euch gleich noch. Einfach bequemer Tragekomfort und verfügt über vier Lichtstufen, sprich zwei Helligkeitsstufen in der COB-LED, sowie in der XPE-LED an der Seite, zusätzlich zwei. Diese verfügt einfach über einen Leuchtwinkel von 230 Grad, sprich wenn ihr die anschaltet, könnt ihr hier komplett alles frei beleuchten und ihr habt einen riesen super Überblick. Diese Lampe hier ist super als Spotlight gedacht, wenn ihr zum Beispiel Montagen baut, Haken löst und so weiter. Geladen wird die Lampe hier auf der Rückseite. Schalte ich sie mal kurz ein, einfach extrem hell. Ich zeige euch nachher nochmal, wie die Lampe im Dunkeln leuchtet. Am Ende vom Film zeige ich euch das. Extrem helle Funktion hier, das ist die zweite Stufe, sowie dann das Spotlight hier auch in zwei Stufen. Das Ganze gibt es dann, wenn man hier einmal drauf drückt mit Bewegungssensor, einmal anschalten und ihr habt einfach an, aus, einmal bewegen und weg. Diese Funktion lässt sich dann auch wieder ausschalten. Bewegungsfunktion ist einfach super beim Nachtangeln, wenn ihr gerade einen Fisch trillt, wenn ihr dreckige Hände habt, vom Köder montieren, wenn ihr gerade Vorfach neu bindet und so weiter. Ihr habt die Hände frei, müsst ihr jedes Mal in die Kopflampe fassen und dadurch einfach super mit Bewegungssensor zum Ein- und Ausschalten. Da sie extrem flexibel ist, wie hier zu sehen und nur über das kleine Kästchen an der Seite verfügt, ist sie platzsparend am Kopf. Man kann sie auch beim Schlafen auflassen, sobald ein Fisch beißt, hat man sofort die Lampe wieder bei sich. Können wir jedem nur empfehlen, erhältlich bei eurem Tackle-Dealer. Viel Spaß beim Angeln, viel Spaß beim Nachtangeln, viel Spaß mit der neuen HLS 350 in diesem Sinne, Petri Hal.